Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen und hallöchen an Ebro. Ich sprint hier mega rum, ey. Hallo. Leute, wir befinden uns in Roblox und ich weiß, ihr möchtet Minecraft sehen. Und es kommt auch jeden Tag ein Minecraft-Video, wie immer, da wird sich gar nichts dran rütteln. Aber viele von euch haben sich auch Roblox gewünscht, deswegen gibt es jetzt mal ein Roblox-Video. Wenn ihr mehr Roblox-Videos haben möchtet, Like abgeben, damit ich Bescheid weiß. Und wir haben heute ein ganz besonderes Abenteuer vor uns. So, mein guter, so. Hey, ich bin Max, lass uns eine Villa ausrauben. Was? Okay, da sind Wächter vor dem Eingang, die patrouillieren. Und Mr. Rich, yo, der Sonnenbadet sich. Okay, wir müssen über die Wand springen und dann geht's los. Das ist aber nett, dass du uns das so vorschlägst. Okay, Ebro, wir legen los. Oh, hier liegt Geld auf der Boden. Über die Wand. Yo, Geld. 20 Dollar, 15, 20 Dollar. Kriegst du das auch oder kann du euch das einsammeln? Wie viel hast du? Äh, 30. Oh, guck mal, hier sind die Wachen. Oh, 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 hallo, das ist ein privates Grundstück. Äh, verschwinden Sie. Alter. Die Villa kommt man aber leicht. Yo, hier ist auch Geld. Versteckt. Ha, das hat der Typ nicht eingesammelt, so ein Anfänger. So, so. 65 Moneten. Ihr könnt übrigens auch meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr mehr Roblox-Videos sehen möchtet, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Da hinten ist ein Fragezeichen. Das bedeutet bestimmt irgendwas. Wir müssen eine Gießkanne finden. Ähm. Weißt du, wohin? Da, er hat eine Gießkanne. Okay, der kam aus dieser Richtung. Das heißt, irgendwo hier muss die Gießkanne sein. Hier um die Ecke. Locker hier um die Ecke. Pass auf. Hier um die Ecke. Und? Ja, ich hab sie. Ich hab die Gießkanne. Hier siehst du mich? Hallo? Gießen das Ding hier. Hallo? Muss ich auf das Fragezeichen? Nee, auch nicht. Achso, ich muss die Gießkanne auswählen. Zack, gießen. Boom, boom, boom. Was passiert jetzt? Wächst das, oder wie? Jo, da wächst einfach ein Sonnenblumengitter raus. Guck mal, kommt hier hoch. Ja. Oh, ich hab verkackt. Warte. Ha. Hui. Ich bin auf der Terrasse. Ab ins Haus. Boom. Jo, wir sind Profi-Einbrecher einfach. Jo, guck dir mal an, wie krass der aussieht mit Laserstrahlen und sowas passiert, wenn ich da reinlaufe. Wow. Ähm, ja gut. Wenn du wiegst hier. Da hat sie mich in ein paar Teile gehauen. Oh, ich hab's gefunden. Hä, kann ich das jetzt auch? Ah, hast du das umgekickt? Wie hast du das geschafft? Ah, so. Das ist ja cool. Ja. Okay, die Karte. Jetzt können wir hier rein und zu dem, was ist das so wie eine Kaffeemaschine? Aktiviert. Oh, was passiert jetzt? Ah, ein Geheimgang. Ab in den Geheimgang, Ebro. Hui. Jo, wir haben die Typen wieder eingeholt. Jo, hier ist irgend so ein Lava-Parcours. Oh, oh. Oh, oh. Der sieht ganz schön gefährlich aus. Oh. Ob wir das schaffen? Jo, da ist ein Eiltapfel. 200? Ich hab nur 185. Dann könnten wir uns ein Superspeed kaufen. Okay, warte Leute. Vielleicht, wenn ich jetzt hier lang gehe, da die zwei Scheine einsammeln und dann wieder zurückgehe. Leute, soll ich mir den Superspeed... Oh, oh. Das war eine ganz gemeine Falle. Oh, das ist schwer. Oh, ich hab's geschafft. Huh. Ah, ich seh dich. Guck mal, ich bin hier oben. Hallo. Oh, hallo. So, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. So schnell springen. Hochklettern. Jawoll. So weiter bin ich jetzt auch noch. Ne? Ich muss mal selbst mal gucken. So. Ja. Knete. Da. Da. Zack. Jo, voll der Profi. Jetzt haben wir 200. Jo, jetzt hast du 200. Jetzt kannst du dir Superspeed kaufen. Okay, jetzt haben wir diese Laser-Dinger hier aktiviert und zacka. Oh, jetzt haben wir wieder Laser-Dinger aktiviert. Oh, oh, Hebel. Ah, der muss auch den Hebel grad machen. Jawoll, Ebo. Kannst du hier durch? Jo. Da hast du ein bisschen was übersprungen, aber passt. Jo, guck dir mal an, was da... Oh, was gibt's hier? Superspeed für 400. Jo, Ebo, hast du komplett aus... Ja, als ob du's geschafft hast. Ich hab's geschafft. Hey, du machst voll den Erfolgstance oder was? Okay, Leute, jetzt wir. Ah, ich hab's nicht geschafft. Hey, das ist voll schwer. Wie hast du's geschafft? Go, 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 go. Oh, jawoll. Geschafft. Sonst gleiten wir hier runter. Grün. Jetzt muss ich hier einsteigen. Go. Hui. Geld. Oh, das sammle ich jetzt alles nicht ein. Oh, Mann. Das hättest du mir sagen können, ey. Hallo? Jo. Zack. Hallo. Bam. Wow, Mr. Rich lebt wirklich auf einer Goldmine. Ja, ist halt echt so. Hier ist eine Goldmine, ne? Oh, guck dir mal das an. Der hat verkackt vor uns. Oh, nein. Und du hast auch direkt verkackt. Ich zeig dir mal, wie man das macht hier. So. Oh, okay. Das ist mega schwer. Oh, ja. Yo. Zacker. Hab ich. Wo bist denn du? In der Stein. Oh, ich hab's jetzt auch gemacht. Hallo. Ah, jetzt sind wir in der Wohnung schon. Oh, willst du was essen? Ja, gib mal bitte eine Pizza, bitte einmal. Ah, es ist irgendwas am Sofa, glaube ich. Ah, wow. Oh, hier ist ein Geheimgang im Dach. Im Keller. Ja, moin. Im Dach. Oh. Ja, aber mit einer Schatztruhe. Öffnen. Und? Was kriegen wir raus? Ein Schlüssel. Jawoll. Ein Schlüssel. Okay, jetzt können wir mit diesem Schlüssel, können wir jetzt hier durch das Fenster oder Sicherheits... Oh, ach, Lüftungsschacht ist das. Durch den Lüftungsschacht können wir jetzt. Oh, was ist das denn jetzt? Superspeed. Ich könnte mir Superspeed leisten. Ich kauf mal, just for fun. Superspeed. Ja, wie schnell ich bin. Jetzt falle ich doch bestimmt runter, weil ich hier zu schnell bin. Oh, ich bin so schnell. Oh, Ivo, ich hab Angst. Ich bin runtergefallen. Go, Ivo. Oh. Ich bin das Geld. Oh. Oh, dich hat's Gau gehauen. Wir leben noch. Ah, wenn man springt, ist man viel schneller. Ich hab's. Tada. Ah, jetzt sind wir da, wo wir angefangen haben und jetzt haben wir den gelben Schlüssel, um jetzt eine Stufe weiter zu kommen in den Poolraum. So. Bist du ertrunken? Ja, ich hab's gesehen im Augenwinkel. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Egal, wir lesen jetzt mal das Fragezeichen. So. Diese Tür ist... Das hab ich doch schon. Ich war doch gerade an der Früchtetruhe. Ich wusste doch, dass die komisch aussieht. Ah. Jetzt ist die Frucht grün. Was ist denn das? Wir sammeln. Ah, jetzt ist der Pool leer. Und jetzt ist hier irgendwie... Ja, hier ist ein geheimes Loch. Oh. Hui. Jo, was ist das denn? Hey, das hört sich an, als ob wir uns schlagen würden. Vibro, wieso auch so wich? Oh. Oh. Schleimslide. Alter, das ist ja megacool. Warte, ich will mich auch hinsetzen. Wie hast du das gemacht? Ah. Jo, let's go. Jo, was war... Jo. Ist das so geplant? Nee, das liegt nicht. Bist du lass uns raufspringen? Echt? Oh, bin tot. Haha. Oder bin ich tot? Nicht lebt, hallo. Das war ja megacool. Aber als ob Mr. Rich das jedes Mal macht, wenn er zu seinem Geld will. Oh, jetzt sind wir im Treppenhaus. Jo, hier ist der Tresor. Guck mal. Da oben. Okay. Hier ist der Tresor. Da brauchen wir den größten grünen Schlüssel, den man je gesehen hat. Okay, wir müssen hier irgendwas am Klavier spielen. Das ist kein Zufall. Wir brauchen eine Melodie oder so. Okay. Eins, drei, fünf, drei, eins. Und das Letzte. Eins, drei, fünf, drei, eins. Und das Letzte. Ja, es öffnet sich was bei mir. Jawoll. Öffnet sich das bei dir auch? Komm mal her zum Klavier. Oh, ein Piratenbuch. Autsch. Hast du irgendwas? Was macht denn mein Typ? Ähm. Siehst du? Ach, ich werde reingesogen irgendwie. Ach so, das ist so geplant. Oh, das sah irgendwie verrückt aus. Wo sind wir hier? Was ist das für ein verrückter Ort? Ja, der ist echt verrückt. Ah, hier brauchen wir irgendwie so eine Art Peitsche oder so. Die haben wir aber nicht. Also gehen wir mal hier lang. Das sieht so lustig aus, wenn ich da reingesogen werde. Ich tanze irgendwie. Ja. Das ist ja hier ein magisches Feuer. Das brennt. Ja, ich mach die andere. Jawoll, eine Kiste. Hier, lass mich auch die Kiste. Ich will auch die Kiste. Ah, das ist die. Das brauchen wir für da hinten. Ich weiß wo. Aber kann ich es auch öffnen? Wir haben eine Peitsche. Vielleicht kannst du sie benutzen, um über die Schlucht zu... Wow. Alter, mit dem Rückwärtssalto. Ha, überholt. Ey. Guck mal, ich gehe so seitlich. Jo, noch mal Peitschneckschen. Ui. Noch mal. Jawoll. Guck mal, da ist der eine. Der war vor und vor uns. Und jetzt ist er mega weit hinter uns. Hm. Ebro, das Skelett lebt wieder. Und es rastet komplett aus, ey. Mach's K.O. Jawoll. Zack. Ui. Oh, jetzt ist er anders gefallen. Bei mir ist er... Oh Gott, wir dürfen den nicht berühren, Leute. Uh. Jawoll, wir sind vorbei. Ich bin beim Tor. Oh Gott, das sieht ja mega gefährlich aus. Hä? Aber... Okay, wir müssen irgendwie nach da oben. Ah, hier ist eine Leiter. Okay, wir klettern die Leiter hoch. Ich kletter auch seitwärts jetzt die Leiter hoch. Ich weiß, was du meinst. Ah, hier gibt es diese... Wupp. Und jetzt das Ding drehen. Drehen, 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 drehen. Tür ist offen. Dankeschön. Bitteschön, kein Problem. Hier oben, ich habe gesehen, wie du durchgerannt bist. Oh. Oh. Wir müssen auch schnell durch. Jawohl. Ups. Ha, ich hatte es erwischt. So, durch. Erste haben wir. Zweite haben wir. Oh, jawohl. Jetzt öffnen wir die Kiste. Was kriegen wir raus? Jetzt kriegen wir bestimmt den blauen Schlüssel. Für das Riesentor. Oh nein. Ne, es ist ein grüner Schlüssel. Es ist ein doller Schlüssel. Ab zur doller Tür aktiv... Aktivier doch das Ding. Hm? Hallo? Ah, jetzt hat das aktiviert. Tür öffne dich. Dollar Tür. Jetzt drängel dich doch nicht immer vor. Und jetzt der... Oh, der Safe. Oh. Sind jetzt da die fetten Moneten? Tür geht auf. Jo, und Mega Diamant. Eingesammelt. Ähm... Ähm... Den hast du, haben wir ja seit wirklich geklaut. Ich muss jetzt hier warten. Bist du ja spawned. Diamant. Her damit. Jawohl. Oh, jetzt geht der Alarm los. Aber wieso? Wir haben doch alles gemacht. Oh nein, jetzt bin ich eingesperrt. Was passiert jetzt? Und es öffnet sich ein Geheimgang. Okay, da rutscht das Ding rein. Hey, komm jetzt bitte, ähm, so James-Bond-mäßig von oben Seil runter. Ibu, schmeiß doch dein Seil runter. Oh Mann. Jetzt bin ich runtergefallen. Hallo. Hättest du mich ja ruhig mal warm... Oh Gott, was ist das denn jetzt? Okay, das ist unser Fluchtplan. Und wir müssen, glaube ich, springen, oder? Oh. Okay, let's go. Oh. So, warte. Wir müssen warten. Und... Oh. Locker. So haben wir. Jetzt sind das diese 360-Grad-Dinger. Ibu hat verkackt. Oh, guck mal, das hat voll gelaggt. Das will der sich sterben. Jawohl. Oh, da ist noch ein doller Schein auf dem Flugzeug. Den müssen wir natürlich dann mitnehmen. So viel Zeit muss sein. So. Ab ins Flugzeug. Los. Kann ich das einsammeln? Oh. Nein. Jo, wir sind in der Luft. Tschüss, Mr. Rich. Wir haben deinen fetten Diamanten geklaut. Oh, nee. Jetzt verfolgt er uns mit einem Flugzeug. Es sieht so aus, als ob wir von einem anderen Flugzeug... Jo, das ist Mr. Rich. Mit seinem Propeller. Oh, was? Das Flugzeug wird abstürzen. Wir müssen mit dem Fallschirm raus. Oh, oh. Ob das funktioniert? Ibu zum Fallschirm. Jo, das ist ja voll das Luxus-Ding hier. So. Mit einer Minibar und allem drum und dran. Billardtisch, Fernseher. Können wir sitzen? Nee, Ibu, das Ding stürzt ab. Und hier sind irgendwelche komischen Rollen, die hier abspeeden. Oh, ich bin beim Fallschirm. Nehmen wir. Wo komme ich denn jetzt hier raus mit dem Fallschirm? Ah, hier. Notausgang. Roter Knopf drücken wir. So, aktiviert. Tür öffnet sich. Raus! Okay, wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt möglichst nah am Gewinnerraum landen. Aber was ist denn der Gewinnerraum? Ist es das hier oder was? Kann ich den öffnen? Oh, yeah. Ach da, da ist ein Pfeil. Ah. Jawohl, ich habe es geschafft. Das ist gar kein Pfeil. Das ist ein Hydrant. Da waren wir sehr erfolgreich bei dem Überfall auf Mr. Rich. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mehr Roblox-Videos sehen wollt, liked das Video und abonniert meinen Kanal. Plus klickt auf das Video, um zur letzten Episode zu kommen. Wird mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao. Ciao.